Moin, hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Reaktion mit mir, der Bravverne, natürlich. Und natürlich mit Kaffee. Ist jetzt leider auch fast schon leer. Aber er ist noch warm, das ist das Wichtigste. Ja, und zwar gucken wir uns heute mal Beertooth an. Ich kenne Beertooth tatsächlich. Aber ich habe irgendwie nie den Song gehört. Ich weiß auch nicht. Und man hört sich, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man sich einfach so durch gewisse Bands durchhört, aber dann halt einfach nicht die, einfach nur immer nur die gleichen Songs dann immer wieder hört, aber nie andere. So geht es mir nämlich mit Beertooth. Deswegen würde ich mal sagen, wir gucken jetzt einfach mal Beertooth mit dem Lied After All an. Deswegen, let's go. Dann ist dann der Brust. Ich bin einfach in der Brust. Ich bin einfach in der Brust. Oh, ich weiß, ich bin einfach in der Brust. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, deine Fresse, Hammer! Ich pausiere bei dem Lied wirklich sehr, sehr ungern, weil ich weiß, ich sage das jedes Mal, gefühlt, ich halte Reaktion. Aber das Ding ist, der Song ist einfach so richtig, also das schafft Bertus ziemlich oft, einfach energiegeladene Songs rauszubringen. Und das ist auch genau so einer und der Refrain ist einfach, der Refrain ist einfach geil. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Mein Gott, warum habe ich den Song nicht früher gehört? Alter Schwede, ist der geil. Das sind genauso Songs, wo du dir dann denkst. Man hört eine Band relativ lang. Ich höre Bad Tooth jetzt seit, ich glaube, seit einem Jahr jetzt ungefähr. Natürlich kann man nicht alles hören, klar, logisch. Und dann entdeckt man, das finde ich das Schöne, wenn man dann immer wieder neue Musik entdeckt. Und das ist einfach, der Song ist einfach geil. Wie gesagt, ich finde den einfach Hammer, den Song, das ist echt der Wahnsinn. Und was Bad Tooth halt auch immer schafft, ist einfach so das Ding, das ist immer energiegeladen, so gut wie. Ich kann jetzt keinen Song aufzählen, wo das nicht so ist. Zumindest jetzt so aus dem Stehgreif. Vielleicht fällt mir noch was ein, sonst, äh, dann editiere ich was nach, ansonsten nicht. Ähm, folgt mir doch gerne auf Twitch, äh, twitch.tv aus der Sprache 116. Könnt ihr sehr, sehr gerne vorbeigucken. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Videos Reactions. Bis dahin, bye bye.